Ein Geheimtagebuch-Eintrag. Ich möchte anderen helfen. Meine Fehler überwältigen mich. Ich möchte anderen helfen. Meine Fehler überwältigen mich aber. Jeder meiner Schritte ist von unerkundeten Pfaden umgeben. Da geht's nicht. Ja, perfekt. Dann gehen wir jetzt da hoch. Oh. Nicht so, wie ich dachte. Kann man das bewegen? Nee, kann man nicht. Geil. Sprich und ich werde zuhören. Das ist das leere Moor. Hier wurde die Hoffnung aufgezehrt, noch bevor sie gedeihen konnte. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren, oder du wirst auch einsam und verlassen. Amber dachte an jene, die er liebte. An jene, die er zurückgelassen hatte. Ich möchte anderen helfen. Es gibt noch andere, die sich auf ihre Reise verirrt haben. Find sie und ich werde sie führen. Östlich von mir. Die Stufen hinab, nennen wir Weg nach Süden. Beim Anblick, wie ein Schwein unglücklich wurde. Herr Loor, ein verloren. Die Hoffnung. Lass sie befreien. Um uns die Wege auch zu ebnen, die wir benötigen. Sehr gut. Ach so. Ah-ha! Hier gibt es nichts weiter. Hier gibt es nichts weiter. Interessant. Ah. Huch! Huch! Okay. Das hat einfach Sinn ergeben. Eine verlorene Nachricht befand sich im Inneren. Der Nebel ist dicht. Ein Weg vermischt sich mit einem anderen. Wo werde ich enden? Wo beginnt die Welt? Kann nicht weit genug sehen, um es sagen zu können. Ja, ich möchte weitermachen. Lagerfeuer wird den Weg erläutern. Wenn die jene, die verloren sind, wird gut gehen. Gehe zurück, falls du dich verlaufen hast. Okay. Der Schädel war widerlich. Vielleicht würde er dem Schwein gefallen. Da fliegt uns ein Vogel hinterher. Der uns beobachten soll. Oh, da ist ein verloren. Was ist das? Okay. Das ist das von vorhin. Sehr gut. Okay. Let's go. Der Fremde war so weit gekommen. Oh. 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 Oh, okay. Andra? Oh. 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 Oh, okay. Das klappt schon mal nicht. Oh. 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 Wie kann ich hier hin? Oh. Wow. Wo? Oh. Oh, nein. Oh. 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 Oh nein. Ah. Ich verstehe das gerade gar nicht. Ah. 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 Okay. Ah. Okay. Ah. Okay. so okay 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 ich verstehe jetzt alles klar es ergibt alles ok 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 1 und 9 2 ich verstehe aha nein ich bin ich doch am eimer das gibt es doch gar das gibt es doch gar nicht du rollst hier drauf rollst du hier rüber dann rollst du hier runter hier rauf hier rüber los dann holst du hier rüber hier hin das war ja mal ein rätsel uiuiui es war ein solch langer weg nach unten aber wir haben es geschafft applaus applaus das war ja ja das war ja 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 ja